So, Dirk Gently aus Deutschland, 1828, ich komme ja auch nicht vom Fleck, Tarasch, ja das hatte ich gegen den schon mal, irgendwie kam ich da auch nicht gut mit, also irgendwie habe ich da keine gute Erinnerung an die Partie. So, ich versuche jetzt mal eine andere Variante. Das ist eher ungewöhnlich, aber nicht uninteressant. So, er hat mit D4 verzichtet. Ich versuche jetzt mal einfach diesen Bauern zu halten. Ja, ich sehe im Moment auch nicht was dagegen spricht. Wie soll er den jetzt so ohne weiteres wiederbekommen? Springer G4, mache ich Läufer D4. Oder beziehungsweise Springer G4, hängt einfach D5. So, was ist jetzt mit A3? A3, Läufer C5, B4, Springer A, B, Dame, geht ja gar nicht, oder? nochmal B4, Läufer D4, nochmal B4, Springer A, B, Dame, Läufer D2. Das ist einfach eine Figur. Oder Dame A4, Schach sogar theoretisch, ging er auch noch. Dame A4, vielleicht sogar klarer. Dame A4, Schach, Läufer D7, Dame B4, Läufer D2, ist vielleicht sogar klarer. Check. Hm. Tum C8, ich überlege gerade, war das jetzt so clever? Tum C8, Tum C1, Springer E4, Springer E4, Tum C1, Matt. Hm, ein bisschen komisch, ne? Vielleicht muss man den etwas krummen Zug Springer A2 spielen. Tja, steht man immer noch ein bisschen verkrampft hier für die Figur. Hm, naja. Check. König nimmt er, Verspringer E4, gekommen. So, steht der. So ein bisschen Bedenken hätte ich jetzt, wenn er D4 zieht. Macht er sogar. Hm. Ja, Augen zu und durch. Jetzt kann er E4 nehmen, dann Tum E8. Ja, sieht irgendwie immer noch ein bisschen unbequem aus. Hm. Ja, sieht irgendwie immer noch ein bisschen unbequem aus. Hat halt irgendwie sehr passive Figuren. Es war eine mehr davon, aber stehen alle komisch. Tja, äh, ich denke, er muss auch da jetzt mehr oder minder nehmen. Ich brauche ja auch nur wenige Züge, bis ich mich hier konsolidiert habe. Ja, hässlich, aber nötig. So, ja, das habe ich schon gesehen, aber ich war mir nicht sicher, Springer E3 droht eigentlich auch nix großartig. Kann ja nicht hier hin oder da, würde er direkt weggenommen. So, jetzt sieht es langsam, langsam wieder ordentlich aus. So, Springer D6. Tja. Black resigns. Ja, da hat er mit Springer E4 hier die Chance verpasst, glaube ich. Wenn er jetzt hier nimmt, Springer E4, Springer E4, E4, Turm E8 und dann F5. Nur wenn ich dann Decke irgendwie. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, es sieht so aus, ob er da vielleicht noch einen Bauernball gewinnt oder so. Auf jeden Fall, das ist zu langsam. Das ist langsam. Das ist langsam. Das ist langsam.